Hallo Lira und willkommen zurück zu Let's Play the Book of Unwritten Tales. Letztes Mal waren wir da bei der großen, dicken, fetten Kuh. Und nachdem wir hier auch gleich einen Mörser haben, werden... Genau, das tun wir mal. Genau, weil im Endeffekt brauchen wir dann mehrere Farbpulver. Also, das Auto, ich glaube blau ist und grün ist und gelb ist viel etwas Spezielles. Hier sind wir aber mal vorerst fertig. Und es gibt noch einen Teil der vermüsteten Lande, wo wir noch nicht waren. Also, wo wir jetzt schon hinkönnen und noch nicht waren. Es gibt noch mehrere Teile, also... Und zwar hier das Ork-Lager, in das man Wilbur gebracht hat. Mal gleich mal anklopfen. Irgendwie glaube ich da nicht recht dran. Aber versuchen wir es. Oder wir versuchen es aufzudrücken. Was glaubst du, was du da tust? Worum? Die Stimme kommt mir übrigens auch sehr bekannt vor. Ich weiß noch nicht, woher. Ich... Stürme euer Lager? Ja. Das ist ja lustig. Wer bist du? Ich bin der große Rock-Gore. Häuptling der Blutsensen-Orks. Na, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Was habt ihr mit dem kleinen Wilbur gemacht? Was ist ein Wilbur? Er ist ein Gnom und mein Freund. Ach, der? Der ist uns vorhin in die Falle gegangen. Aber seit wann gibt man seinen Gnomen Namen? Geht es ihm gut? Na, das hoffe ich doch. Was will man mit einem kaputten Gnom? Ich gebe meinem Gnom in die Namen, die ich will. Okay. Ich will Wilbur zurückhaben. Auf der Stelle. Wir haben ihn gefangen. Damit gehört er uns. Besorgt er einen neuen. Aber... Ich bin für ihn verantwortlich. Dein Problem. Er ist der Hauptpreis unseres Kriegerwettkampfs. Und als solcher bleibt er hier bei uns. Oh, ein Kriegerwettkampf. Was ist das genau, ein Kriegerwettkampf? Damit finden wir heraus, wer der mächtigste Krieger ist. Zwei Kontrahenten treten in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dem Sieger winkt große Ehre und er bekommt einen Preis. Und Wilbur ist für euch nichts weiter als ein Preis? Nein, eine Flasche Feuerwisky gibt es auch noch. Der Gnom ist die Dreingabe. Ja, vielleicht können wir da mitmachen. Kann jeder am Kriegerwettkampf teilnehmen? Wir Orks fürchten uns vor niemandem. Im Kriegerwettstreit nehmen wir es mit allen auf. Also schön, lasst mich rein. Ich will teilnehmen. Ich sagte, es ist ein Kriegerwettstreit. Ach so. Eine wie du wäre reine Zeitverschwendung. Wie es scheint, habt ihr Angst vor einer echten Herausforderung, hä? Was für eine Herausforderung? Ähm, also davor, dass ich da reinkomme und gegen jemanden von euch antrete. Ich kann dir nicht folgen. Das wäre die Herausforderung. Für wen? Für meinen Gegner. Du redest will, Mensch. Ja, okay. Nachdem wir selber nicht teilnehmen können... Mal angenommen, ich finde in dieser Einöde einen Krieger. Der könnte dann an eurem Wettkampf teilnehmen. Wenn er eine echte Herausforderung ist, warum nicht? Aber kein Fallobst. Es muss wirklich ein großer Krieger sein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Vielleicht können wir den Paladin überreden. Okay, das war eigentlich alles, was wir vom Org wissen wollten. Ich komme wieder. Ich werde warten. Und das finde ich ja toll. Ähm, hier gibt es einen riesengroßen Müllhaufen und da werden wir uns einige Sachen mitnehmen. Aus dem Müllhaufen. Die Bretter müssen lange draußen im Regen gelegen haben. Sie sind morsch und mit Grünspan überzogen. Ja, egal, ob sie morsch sind, nehmen wir mit. Ähm, was ist das eigentlich? So eine Art Saftpresse, würde ich sagen. Oben füllt man Trauben oder etwas in der Art ein und unten läuft der Saft raus. Keine Ahnung, wie wir das brauchen könnten. Wenn der Müllhaufen noch ein paar Meter anwächst, können die Orks gleich das Tor offen lassen. Jeder Angreifer könnte einfach über den Müllhaufen ins Lager gelangen. Das ist ja toll. Müll aus allen Teilen der Welt. Wo kommt der ganze Krempel nur her? Die Blumen scheinen sich im Müll wohlzufühlen. Sie stehen in voller Blüte. Die Blüten leuchten... Ah, ja genau. Die Blüten leuchten blau. Jetzt habe ich blauer Finger. Genau. Und das ist das blaue Teil, das wir suchen. Also, uns fehlen noch einige Farben, aber das wird schon. Schlagt den Gnoll-Hogger und bringt seine gewaltige Gnoll-Klaue. Bla bla bla, ist doch immer dasselbe. Drei Punkte für den, der weiß, woher das kommt. Wir nehmen auf jeden Fall den Zettel mit. Gut, das war's auch schon hier vor dem Orklager. Ähm, wir werden zuerst mal... Ja, ich weiß nicht, ich könnte ja auch an die Wasserleiche erinnern. Ich glaube, bei der müssen wir als erstes, glaube ich, etwas unternehmen. Vielleicht sagt sie etwas Neues. Ich weiß nicht, ich möchte mich mal auswendig. Nein, wenn es nicht unbedingt sein muss, bleibe ich lieber hier im Trocknen. Okay. Dann vielleicht geht das jetzt schon. Entschuldigung, ich bin immer noch etwas bedient. Hm. Haben wir den Klebstoff schon? Oh, gelbe Farbe haben wir ja auch schon, natürlich. Okay, wir haben ja auch den kaputten Blasterbalk und den Bogenpapier. Können wir das einfach mal hier... Äh, ankleben. Oder so ankleben. Ordnung, ich schmiere die Ränder des Lochs mit Klebstoff ein. Fehlt nur noch ein Flicken. Ja, das Papier haben wir natürlich auch schon. Okay, oder auch nicht. Okay, irgendwie habe ich das jetzt... Plakatblumen, Blasebeut, Blasebeut, Blasebeut... Wie geht denn das hier? Ja. War das so vielleicht? Ja, auch nicht. Für... Ich könnte etwas auf das Blatt schreiben, aber... Aber was? Warum? Ah, ich glaube, ich weiß schon. Hey, Gordiver. Ah, der Lebende. Genau. Ähm... Das brauchen wir aber nicht, glaube ich. Ich muss weiter atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. So. Hey, Chef. Vielleicht kann uns der Harlekin weiterhelfen. Ah, der Lebende. Ah, das... Okay, reden wir mit den beiden mal. Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem blöden Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du vielleicht einen Krieger? Mit Kämpferei kenne ich mich nicht aus. Ich war früher ein Gaukler, ein Harlekin. Frag mal Gulliver, der ist viel herumgekommen. Okay. Okay. Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem... Okay, das war dasselbe. Ich muss weiter... Mach's gut. Jetzt wollen wir noch Gulliver fragen. Ich hab das jetzt nur abgebrochen. Nein. Oh, verdammt. Ich wollte ja nicht drinnen bleiben. Ähm... Sorry auch für die lange Pause, jetzt. Ich war wirklich... Hey, Gulliver. ... sehr bedient und... Ah, der Lebende. Hat doch irgendwie keine Lust, was zu machen. Ja. Wahrscheinlich haben die Orks Wilbur zu einem Preis bei einem Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du zufällig einen Krieger? Einen Krieger, der gegen einen Ork im Kriegerwettkampf antreten würde? Richtig. Und der hier in der Nähe lebt? Nach Möglichkeit. Ach ja, und wenn's geht, sollte er nichts kosten. Aha. So einen... Gibt es wohl nicht? Wohl nicht. Das war klar. Wenn ich keinen Krieger finde, der Wilbur da raushaut, habe ich wenigstens mein Bestes getan. Das war dann halt höhere Gewalt. Du könntest selbst im Wettstreit antreten. Sehe ich aus wie ein Krieger? Soll ich mir ein paar Handeln schnappen und bis heute Nachmittag meine Oberarme aufpumpen? Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Wege, um ein gefürchteter Krieger zu werden. Der erste Weg ist der Weg der Erfahrung, des Talents und der Fähigkeiten. In zahllosen Schlachten musst du Erfahrung sammeln. Durch Technik dein Talent herausarbeiten und alle deine Fähigkeiten verbessern. Du musst das Wesen des Kampfes besser verstehen als alle anderen. Niemals darfst du aufgeben. Jedes Detail muss dir wichtig sein. Dann, nach einer langen und qualvollen Zeit der Erniedrigungen und Niederlagen, wirst du ein akzeptabler Krieger sein. Okay, das machen wir wohl nicht. Du brauchst eine unschlagbare Ausrüstung. Das klingt schon akzeptabler. Waffen und Rüstungen besser sind als die aller anderen. Kannst du als Krieger ein Versager sein? Deine Ausrüstung macht die Arbeit für dich. Das, das könnte etwas für mich sein. Ich besorge mir eine unschlagbare Ausrüstung, rette den Kleinen und bin der Held des Tages. Ich denke mal, hier in der Nähe gibt es ein legendäres Krieger-Set? Wie kommst du denn darauf? Auch nur so eine Ahnung. Tatsächlich lässt sich ein mächtiges und berühmtes Set hier in der Nähe finden. Aber woher? Besteht es vielleicht aus mehreren Teilen, die hier überall in der Gegend verstreut sind? Und für jedes Teil muss eine Reihe haarsträubender Aufgaben erledigt werden? In der Tat. Es sind der Helm, der Schild und das Schwert der Macht. Aber wie? Also, was soll ich für dich tun, damit du mir weiterhilfst? Nun, du, du könntest mir bei meinem Körper helfen. Was schild? Ich brauche eine Lunge. Und? Ein Herz. Okay. Und als drittes? Muss alles unter Strom gesetzt werden. Ein Blitz. Der wird meinem Körper Leben einhauchen. Das wird lustig. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir den Aufbewahrungsort des Schwertes der Macht. Und vielleicht wissen die anderen, wo sich der Helm und der Schild befinden. Ja, okay. Wir müssen weiter und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Irgendwie macht es keinen Spaß für dich. Bis dann. Viel Spaß.